Ganz schön heiß. Es ist die wohl erotischste Töpfer-Szene in der Filmgeschichte, die die Musical-Stars Alexander Klafs und Willemain Verkaig bald mit Ghost das Musical auf die Bühne des Berliner Theater des Westens bringen. Schon beim ersten Werbedreh zeigen die beiden, dass sie dem Traumpaar Demi Moore und Patrick Swayze in nichts nachstehen. Ghost das Musical erzählt von die Kraft der wahren Liebe. Zwei Menschen, die unglaublich ineinander verliebt sind. Aber ja, wann denkt man mal darüber nach, dass man den auch mal verlieren kann? Und auf einmal passiert es dann. Vom Superstar zum guten Geist. Alexander Klafs, der zuletzt als Tarzan über die Musicalbühnen fegte, übernimmt in der Berliner Produktion von Ghost die Rolle des erfolgreichen Bankers Sam. Frisch verliebt in seine Molly wird Sam vor ihren Augen erschossen. Das Besondere ist eigentlich zwischen Molly und Sam, dass sie sich natürlich lieben, aber dass Sam irgendwie Angst hat, die drei Worte zu sagen. Und ja, stattdessen immer Dito sagt. Und er traut sich einfach nicht, ich liebe dich zu sagen. Ich persönlich in meinem Privatleben bin auch nicht jemand, der das schnell sagt. Und von daher kann ich das schon auch ein Stück weit nachempfinden. Ob Geister himmlisch küssen können und was sich Alexander Klafs bei Sexsymbol Patrick Swayze abgeschaut hat, das können Musicalfans ab dem 7. Dezember im Stage-Theater des Westens in Berlin live erleben.